Wir sind wieder von Ort von Tilly Semper. Ich begrüsse Schwester Viktoria vom Dominikanierinnen-Orden von Cazis in Graubünden. In den 70er und 80er Jahren haben Sie ganz junge Mädchen ausgebildet. Und zwar gaben Sie Schule im Mädchenpensionat und in den Haushaltsschulen. Ja, das habe ich gemacht und ich durfte die jungen Mädchen auf das Leben vorbereiten, auf Ihres Eheleben, damit sie dann auch richtig putzen, kochen und mal schauen. Was lernen die jungen Mädchen in diesem ersten Jahr? Sie sind ja das Jahr in dieser Haushaltsschule. Ja, also zu allererst lernen Sie mal in der Küche, wenn wir Zucchetti kochen. Das ist ganz wichtig. Ich weiss das aus allererster Hand. Zucchetti ist eines der Lieblingsgemüse in der Familie, in der es jetzt darum geht. Ja, ja. Also dazumal war auch ein Mädchen, das Selina geheissen hat. Das ist 70er und 80er Jahre. Ich nehme meine 80er Jahre. Können Sie sich an die Jungfrau erinnern? Ja, ich mag mich noch gut erinnern. Jungfrau ist ja gerade das Stichwort. Ja, das war wirklich ein ganz tolles Mädchen. Und ich kann Ihnen sagen, sie hat vorzüglich geputzt. Ja, sie hat alle Wollemäuse entfernt von den Stuhlbeinen. Ja, und sie hat schön abgestaubt. Sie hat den Boden geponert. Also, der Parkett in unserem Kloster, der hat immer so toll glänzt. Es war ein wenig Schleiferei, aber sonst ganz gut. Und Sie haben den Ruf, dass Sie die jungen Mädchen zu enorm guten Geschäfts- und Haushaltsfrauen ausbilden? Innerhalb eines einzigen Jahres? Ja, natürlich. Ich meine, wir sind ja auch ausgebildete Lehrerinnen, oder? Wenn man es nicht gerade so sieht, nicht? Aber sie lernen natürlich selbstverständlich, wie man ein Haushaltsbudget macht. Dann haben Sie so ein Buch, da steht drauf, mein Haushaltsbuch, mit den zwei Seiten. Also, wir machen keine doppelte Buchhaltung. Nein, nein, so weit geht es nicht. Aber dort lernen Sie die Ausgaben und die Einnahmen, also umgekehrte Einnahmen, die der Mann nach Hause bringt, so zu verwalten, dass er nie mehr etwas davon sieht. Ist es wahr, dass die meisten nur putzen können, wenn sie die Haushaltsschuhe sucht? Also nicht nur, aber es ist schon so, wenn sie uns lernen zu putzen, dann putzen sie nicht nur vorzüglich, dann putzen sie auch noch umweltschonend. Wir benutzen also nur Putzsteine und ein paar gute Lümpen. Und das ist alles. Ja, vielleicht noch etwas Essig, um zu kuchen, ja. Danke. Dann wollte ich fragen, sind Sie verheiratet? Ich? Ja, selbstverständlich mit Gott. Also, als ich mein Gelübde abgelegt habe, das war für mich so ein Fest, wie wahrscheinlich andere, wenn sie heiraten. Und würden Sie dem Ehepär oder dem Pär empfehlen, zu heiraten? Ja, hm, ich weiss jetzt gar nicht so recht, es werden dir so viele Ehepärle wieder gescheiden. Ja, vielleicht sollte sie, wie heißt sie, Selina, oder? Vielleicht sollte Selina einfach ihn verlassen und eigentlich ins Kloster eintreten und auch Gott heiraten. Wir haben ja, das mache ich doch gerade jetzt aktuell noch einen Werbespot. Also, wir sind ins Kloster ein bisschen Gäzis und wir haben hier eine Schule und wir haben ein bisschen Nachwuchsproblem. Also, alle, die keinen Mann finden... Ah, Selina hat ja einer gefunden. Ja, dann macht es nichts, dann soll sie doch heiraten. Aber alle, die keinen Mann finden, weil sie etwas dumm sind oder wüsste aussehen, können gerne zu uns ins Kloster kommen. Aber sollte ich jetzt doch noch ins Kloster? Ja, nein, aber Frau Maroni, sie sind doch schon Geheiratet, das weiss sie als auch aus Ersten Quellen. Und Scheidungen haben gar nicht gern bei uns. Und schaut, Sie haben ein Bild mitgenommen vom Brutgefährt. Sie können sagen, meinen Sie, passen die zwei zusammen? Ja, also ich würde sagen, wenn man so schaut, sie sind etwa ähnlich alt, also das passt schon mal. Er ist ein bisschen grösser, passt tiptop. Also, die Brüllen, die hätten ihr abziehen müssen. Das sieht ein bisschen Schikolo-mässig aus. Ich weiss, wer da ist. Ja, aber sonst muss ich also sagen, mal ein schönes Ball. Danke vielmals für das Interview, Schwester Viktoria. Ja, ich danke Ihnen, dass ich das gerne habe, dass Sie uns extra besuchen gekommen sind. Ja, gerne gesehen. Ja. Also, live von Ort von der Piloten Maroni im Dominikanerinnenkloster Katzis Ingrabünde. Ich gebe zurück. ins Studio. Adieu miteinander. Ich wünsche, dass Gott euch auf allen Wegen begleitet.